Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergbahn, eine wunderschöne Lagerinfolge. So, ich habe gerade den nächsten Hänger ins Lager gefüllt mit der Gerste und jetzt müssen wir schon wieder den Drescher abdanken. Ja, das machen wir jetzt. Und dann müssen wir den Strohsammler wieder einstellen, weil den habe ich gerade zum Feld gebracht, weil der ist auch im Strohlager fertig geworden, um auszulehren. Und ja, da hinten steht schon der Drescher bereit, den müssen wir hier einstellen, dann zum Strohsammeln und dann müssen wir bei den Enden nochmal schauen, ob wir dort alles fertig haben und dann müssen wir schauen, was wir noch zu machen haben. So, und jetzt müssen wir schauen, damit wir den Drescher wieder abdanken, damit er wieder seine Arbeit aufnehmen kann. Und ja, so. Jetzt sind wir ja schon da. Warum bleibst du nicht stehen, wenn ich die Hand lang hänge? Das muss ja irgendwo einzustellen sein. So, der Drescher ab könnte. So, der D Var, den Drescher wieder versuchen, Dann den zum Stroh aufsammeln Was ist denn hier los zum Teufel nochmal? Was ist denn hier los zum Teufel? Äh, raus zu sein Oh, irgendwo Ah, vor, ne Ah, naja So, wartet kurz Ich muss hier kurz noch was rumstellen, weil das nervt mich hier So Ah, jetzt So Ich bin schon wieder ein Slavisch besser Aber nicht nur einen größeren Anhänger Wo sind denn die Ich muss mir kurz schauen Können wir den verkaufen, weil er schuld zu bleiben Und dann das Lager Ah, hier bin ich gleich So So Endlich So Jetzt Der andere ist auch schon wieder voll Und dann Rund Und Klo Hö Alter Das ist nicht mal los Zum Teufel Ah, aber jetzt hier ist es ... Ah ... Hier noch ein, ich werde es hinschicken, ja ich komme ja schon, so, 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 hier das Gebläser einschalten. So, Alter. So, wo ist denn der eine? Der ist hier. Der Hänger geht mir ums Hänger. Ja, ja. Ich komme ja schon. Keinen Stress. So, dann geht es auf zum Andener. Ich bin Hänger. So, dann geht es auf zum Andener an. Hier rein. Moin. So, ankuppeln. Zack. Los geht's. Planen wir. Schaubein, Zack, Zack. Wo ist denn? Die Agen sind hier. Und dann kommt uns mit Verrattung. Das ist ein Horror. Und das ist so? Und das ist hier. So, das ist ja verrückt, das ist so. So, 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 dann kann ich aber schon mal wieder zum Feld fahren. So, da hetzen wir gerade aus. Ja. So, dann kommen wir wieder. So, dann kommen wir wieder. So, dann kommen wir wieder. Sofern ist es fertig, dass wir gleich verschieben. Wie sieht es jetzt mit dem Tier nochmal aus? Wenn wir das ganze Feld runter haben, mit Stoffer haben wir, glaube ich, keines gemacht. Wir stellen auf die Seite, wenn wir den Stoff sammeln kommen. Das haben wir jetzt noch zu machen. Was brauchen denn die Kühe eigentlich? Schon wieder voll. Man, du. So, dann gehen wir den wieder aus. Ah, du, schneller. Mann, du. So. 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 Meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut zur nächsten Folge vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.